Die Kochteis sind interessant für das allgemeine holzverarbeitende Gewerb, für Holzbauer, Schlinereien, Architekten, Immobilienverwaltung, sprich für alle Fachbetriebe im Holzbereich. An dieser Roadshow präsentieren wir unseren Kunden Innovationen im Bereich ERP, Lagerhaltung, Werkzeugmaschinen, Verschluss-Sicherheitstechnik, chemisch-technische Produkte und natürlich auch unsere eigenen Systeme bei unserem Kochshop. Die Kochteis ist ein ganz interessantes Format für uns, um direkten Zugang zu den Zielgruppen zu erreichen und unsere Zusammenarbeit auch so präsentieren zu können. Die Kochgruppen ist ein wichtiger Post-Premium Partner für uns in der Schweiz und freuen wir uns immer sehr auf die Ausstellungen, auf die Messen an vier Orten in der Schweiz, wo wir unsere Kunden bestehende und neue begeistern können. Ein sehr grosser Mehrwert für die Prebena hat die Beziehungen zu den Kunden, die der Koch uns mitbringt als Lieferant, wo wir gar nicht dorthin können. Und somit profitieren wir hier auch als Lieferant gleichzeitig auch für gute Gespräche und Kundenkontakte. An die Kochteis sind wir, wie die meisten vermutlich, mit der ganzen Firma gekommen. Wir haben schon viele interessante neue Sachen gesehen, auch viele Leute gesehen, das Netzwerk sich aufrechterhalten können, wir begegnen alten und neuen Wegfährten. Das ist bis jetzt eine sehr gelungene Sache. An die Kochtei bin ich gekommen, weil seit 20 Jahren bin ich Kunden von Kochtei. Ich bin sehr zufrieden, diese Zusammenarbeit zu haben und deswegen bin ich sehr froh, dass ich heute auch an den Kochtei St. Gallen dabei bin. Wir sind dann überall schon ein bisschen durchgelaufen, vor allem die neuen Maschinen. Ich arbeite mit der Bestolmophil, auch mit der Bosch und wir haben jetzt die neue Generation mit Akku. Sehr viel Eindrücke, ich habe auch recht viele Prospekte gesammelt und die Karten, die ich zu Hause ein wenig auseinandersetzen kann, wo ich einfach ein wenig tiefer gehen kann. Und ich finde es einen coolen Anlass, ich muss sagen, wirklich tipptopp gesagt. Für die Messe ist es besonders wichtig, wenn wir unsere Kunden wiedersehen. Wir pflegen den persönlichen Bezug, den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden, so dass wir unsere Dienstleistungen persönlich dem Kunden zeigen können. Die Sonderheit dieser Kochtei ist, dass wir von der Koch Group mit unseren Kunden direkt zu den Lieferanten können, auf kurzem Weg wichtige Informationen zur Verarbeitung und Neuigkeiten vermitteln können. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017